okay du bist aber ein böses bieß baby ach du heiliger bim bam kommt da noch was ne scheint nicht so jetzt müssen wir uns erst mal umschauen der geht ja auch ab wie schmitz katze mensch das ist immer so haar scharf der mund grinst was geht hier noch so ab wo ist das nächste wies baby und da kommen meine süße ich habe genug t für alle komisch die viecher sehr komisch nein es gibt keinen anderen weg zwar eben noch das baby ab so haben wir das auch erledigt so jetzt haben wir es mein gott gehen wir direkt hoch gehen wir weiter ich weiß gleich wo es hier genau weiter geht hör mal ein muffin muffin okay hier geht es anscheinend nicht weiter hier haben wir nur wieder eine flasche lecker dann gehen wir jetzt aber weiter kann ja nicht schaden jetzt aber wieder eine schweine eine kleine schweine nase hör mal wieder hier haben wir noch für jeden zweck gibt es ein werkzeug sogar der unscheinbare trichter hat seine aufgabe wie soll sonst der djinn aus dem fass in die flasche kommen was bringst du uns du wunder heilsame nase ach du heiliger bummer okay da gehen wir jetzt mal nicht lang das ist das ist mir irgendwie zu ein bisschen zu crazy aus dem komisch kaum klar wo hier was sein soll und da ist das ganz schön schwierig manchmal alles auseinander alles irgendwie irgendwo auseinander zu halten so jetzt sind wir auf plattform nummer drei und können an für sich hier direkt rüber hüpfen was ist das denn das passt doch perfekt zusammen und ich bin ein perfekter richter zeit dein neues köpfchen auch zu benutzen ja ok yo also wir steuern den kopf auch so ein bisschen in welche richtung er gehen soll hoch ok also man muss sich der störung erst noch ein bisschen bewusst werden jo ist klar ist das krass halt die x um aufzuladen loslassen zum feuern oh du meine güte ok es gab auch damals so ein ganz aber es gibt ja verdammt viele filme und zum beispiel in toy story da gibt es das auch da ist ein junge der köpft sämtliche spielzeuge auch puppen und der kopf sieht genau so aus wie aus dem film wow ok mensch ist das eine schau also wenn ich verstehe selbst den sinn dahinter nicht hauptsache wir kommen weiter ja ok rutschpartie hui ja war ja so klar oh mein gott ah ja direkt zwei blüten verloren ist klar und noch eine mensch wir haben ja nichts besseres zu tun oh 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 das war knapp verdammt knapp na komm 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 ja alter oh dieses ekels baby ist da na komm alter kannst mich mal ja ist klar wenn das explodiert zieht es uns auch nochmal eben ein ganzes leben ab du hast doch einen sockenschuss mein kind so eben noch die wand zerstören ach du heiliger bimbam äh ist klar und lass mich raten irgendwas ist hier wo wir lang können und wir müssen eindeutig diese splitter äh meiden richtig erst mal gucken dass wir irgendwie hier höher kommen und die schweinenase finden die ich die ganze zeit höre da ist sie so musst du kurz husten mal eben gucken was uns hier drinnen erwartet ich musste deine familie in der oxforder leichenhalle identifizieren deine schwester war äußerlich unversehrt was ich von deinen eltern nicht sagen kann also es wirft immer noch die frage auf ob das ob die theorie die ellis vorhin aufgestellt hat genau die richtige ist dass unsere kleine schwester schon vorher umgebracht worden ist oder betäubt worden ist boah das ist ja ätzend ne jetzt müssten wir hier rein theoretisch durch problem ist aber dass uns über die hälfte der zeit flöten geht nur weil also hm 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 er will ja das ist mal einfach würde ich behaupten also einfache arbeit wenn die blöcke das alles für uns machen dann haben wir doch schon der zug schaut mal wir treffen bald auf den zug hoffe ich ja was hat er jetzt gemacht sei vorsichtig alles und nur deswegen pass auf was du tust alles du bist er lieb was die sorgen um uns alles gut so ein skelett mit tauben kopf ist klar die ha okay gehen wir wieder zurück und bin mal gespannt was uns jetzt gleich noch oben erwarte was klingt ja nicht sehr verheißungsvoll würde ich mal behaupten so ja oh 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 komm schon komm schon komm schon komm schon ja jo achso wir bis nach unten ach guck mal da unsere kleinen freunde selbst schuld ja wie viele wollen sie noch versuchen da brauchen wir uns ja schon um gar nichts mehr oder auch hier eine ein haben wir noch bist du doof ziehst du denn daneben ich wollte gerade sagen wie geht es denn hier weiter ok gleiches spielchen wie vorhin würde ich mal behaupten so so es geht doch hier auch weiter es ist einfach krank einfach krank ist das krank hier mittlerweile weiß man auch kaum noch was man wirklich so es zieht sich ganz schön so story schön also hin und daher aber mein gott okay so zack hmm Wo geht es denn hier weiter? Ah, unsere kleinen Schleimkinder. Ach du meine Güte. Jo, das war irgendwie abzusehen. Das Problem ist einfach nicht... Es sind ja nicht die Gegner, die das Problem sind. Weil man sieht auch einfach so gut wie nix. So. Ja, ist klar. Ja, genau. So. Noch jemand, der unbedient ist. Ich habe noch gerade hier noch einen Kandidaten. Uff. Ähm. Jetzt bin ich mal ganz kurz am überlegen. Boah. Äh. Scheibengleister. Der geht ganz schön weit nach oben. Ich würde ja jetzt fast behaupten. Nein. Uäh. Ha. So. Jo. Ist hier sonst nix? Ich fasse es nicht nur wegen ein paar Sehntchen. Ach, hier ist noch eine Erinnerung. Schaut mal. All diese Studenten, die nach Papas Aufmerksamkeit lechzen. Darf ich den Teewärmer halten, Sir? Darf ich einschenken, Sir? Speichellecker. Hm. Ja. Machen wir erst mal so. Nein, es ist echt schwer. Er geht relativ schnell, er geht hoch. Alter Schwede, das ist echt heftig. Moment, mach, mach, mach. Okay, aber hier geht es auch so schnell, das ist echt krass. So, jetzt machen wir es so. Hm, was uns wohl erwarten wird. Ist klar. Ui, 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 ui. Hier sind die ganze Zeit so Erzeichnungen von irgendeiner komischen Hand. So, hier muss ich schießen. Was haben wir denn? Schalterchen. Ui. So. Ah, eine Plattform. Was haben wir denn da? Ah. Ah. Wir haben es geschafft. Schöne Sache. Ach, du heiliger Bimba. Ja. So, jetzt müssen wir uns aber ein bisschen beeilen. Na, komm. Ui, ui, ui. Boah, ich will nicht alles an Schaltungen damit freischalten. Huch, wir schweben. Crazy. Ah, jetzt haben wir es. Aha. Joa. Ui. Das war knapp. Blübchen. Das müssen wir mal eben schauen. Ah, das sieht mir schon sehr danach aus. Also, als ob das weiter geht hier. Oh, das geht nur so weit. Hm. Dann müssen wir wohl oder überspringen. Ha. Geschafft. doch schon relativ breit eigentlich. Ja. Was tut man nicht alles? Für so ein paar Gegenstände. schwebe ich mit dem Schiff. Lada-Di. 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 Alter Schwede. Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017